In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Rouladen im Römertopf zubereitet. Dazu gibt es eine leckere Rotweinsoße und Kartoffeln. Einfach ein Klassiker. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.